Das stadtgeschichtliche Museum Schabbel ruft zu einem kleinen Kostümwettbewerb auf. Kinder können in den Winterferien kreative Kostüme nach historischen Vorbildern herstellen. Eine Menge Inspiration für die bunten Kostüme bietet das Schabbel auf seiner Internetseite an. Der virtuelle 360-Grad-Rundgang zeigt einige Räume des Museums, in denen sich Exponate befinden, die als Kostümideen genutzt werden können. Mit einem Foto des Kostüms oder Accessoires können sich Kinder an einem Wettbewerb beteiligen. Das Museum freut sich über fantasievolle Beiträge, die an museum.wismar.de gesendet werden können. Der Gewinner kann sich über ein kleines Überraschungspaket aus dem Museum freuen.